hallo herzlich willkommen hier zurück, du wolle zu jedi fall order nämlich den part 4 schon wir sollen auf jeden fall hier oben irgendwo hin und mal gucken wie ich da jetzt weiterkomme ich muss hier irgendwie durchlatschen ich habe noch keine ahnung wie ich es mache ich weiß nicht kann ich hier hoch probiere mal überall hoch zu laufen und ich schaffe es einfach nicht vielleicht soll ich einfach hier runter latschen das hier irgendwo ich glaube hier runter latschen da gut ich falle irgendwie heutiger gerne mal runter dass man irgendwie keinen sinn hier hinten ist so eine und hier ist eine plattform und da oben bin ich ja gekommen wie komme ich da unten ach da unten ist auch so ein weg sieht man den ja egal ich bin von hier gekommen also kann ich ja mit dem hier ja mit dem hier kann ich kann ich nur hoch gehen muss aber irgendwie von dem darunter ach dann muss ich hier hinten weg auf jeden fall wie komme ich dann jetzt rüber und hier ist eine treppe wirklich hier kann ich doch hier ist auf jeden fall hier ist einer den ich jetzt erst mal kriegst hallo du wirst ja auf jeden fall anmoffen ja runtergefallen oh hier ist was hier ist was eine kiste was ist es was ist es ja neue ponoco material die haben wir rum keine ahnung was du kannst dein panoco in pausenmenü ok ok was auch immer ja geh jetzt mal weiter rumhangeln das krieg ich doch hin hier sind wir auch meditieren damit ich mir noch eben die tiere ruhe dich aus und um macht zu regenerieren muss ich nicht ausruhen um deine fähigkeiten zu speichern ok ich will mich doch irgendwie hier ausruhen können mit x nein es war noch fähig ich will doch gar nicht nicht fähigkeit ich verstehe das schon die ganze zeit über nicht jetzt rück ich da passiert nichts mit b kann ich verlassen ach jetzt geht es weil x und b was anderes ist ich muss quadrat drücken ok gecheckt hab es begriffen echo waren ja was haben wir hier nicht echt scheiße wir kommen aber auch nicht durch schade ich wollte kurz mal ein lichtschwert rausholen hier kann ich auf jeden fall hoch oder nicht kann ich hier nein ich bin jetzt nicht gern noch nicht hoch nein nicht runterfallen nicht runterfallen junge wir spielen jetzt auch nicht gerne alles gut doch hier gibt es einen der führte oben hin und einer führte runter also gucken was da oben ist toll benutzt auch gar nicht hier den benutzer da will er auch mit den anderen wollte er gar nicht benutzen ist ja schade oh da ist wieder einer direkt weg kann ich kann alles kennen ja ok scheiße ist ich glaube ich habe keine andere wahl ich muss ihn jetzt umliegen mit erst mit den anderen hier um ja 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 ohnehin ist weg ohnehin ist wieder da da nein was machst du denn hier wieso sehe ich euch immer nicht diesmal habe ich ein bisschen gehört älter ich glaube ich das große fieders erst mal auf mir holen lichtschwert wo bist du da bist du hallo komm schon nein aber ich habe schon wieder verkackt ich glaube ich muss irgendwie anders umliegen warum verkack ich dann jetzt immer ja mann erst wenn wir das ziel anwählen ziel in verlangsamen und dann drauf ballern ja warum war ich nicht wenn ich die macht habe warum nutze ich sie eigentlich nicht eine schwierige frage wo bin ich ganz auch nein doch ich bin hinten ok es geht zack komm hoch ja 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 ok anvisieren und schießen bam vielleicht brauche ich ja gar nicht umliegen aber ich will es nochmal probieren die auf jeden fall gleich nochmal umliegen auf weg ja wenn ich schon die macht habe hier kommt jetzt anwählen zack direkt um oben direkt der kopf weggeballert muss ich den irgendwie scannen oder sowas nö will er nicht wir probieren es einmal noch mal probieren scheiße mann oh man ich bin im arsch komplett das problem gerade das Vieh ist echt gemein hm hallo ich will WD1? Wollt ihr nochmal nach? ne ich will ok will ich den jetzt nochmal probieren hm jetzt war der gar meditieren ich speichere hier einfach direkt ich mache das einfach so ich speichere hier jetzt einfach mal danach gehe ich nochmal runter und probiere das viele einfach zu killen so erstmal ausruhen da hatte ich ja nichts und belassen ich glaube das speichert automatisch hoffe ich mal einfach gut dann werden wir jetzt nochmal da runter gehen ok bam 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 komm schon mach ihn doch endlich mal alle nein ich war kackt da jedes mal ok respawn 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 ok ja ja dann äh gehe ich einfach mal weiter und probiere den einfach mal später um zu nähen obwohl ich möchte ihn eigentlich schon gerne ich glaube einfach weil ich ich glaube ich muss warten bis die zunge raus kommt und dann kann ich den irgendwie also ich muss ein bisschen immer in abseits gehen ich glaube wenn die zunge raus kommt dann kann ich ihn umnähten oder so ja ich muss den wirklich ein bisschen mit taktig machen aber wie komme ich denn da gerade dann vorbei ok ok nicht schwert noch zusammen ok komm lauf 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 nein mhm scheiße komm 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 kacke hier kommt ja noch ein anderer nein 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 okay vergiss es vergiss es vergiss es vergiss es die sind jetzt alle neu gespawnt ich gehe einfach mal weiter und probiere den einfach später umzulegen dreimal verloren und nicht geschafft ich bin echt gut also ja ja 10 minuten lang und ein paar mal erst mal draufgegangen äh ich bin zu schlecht ich bin zu schlecht aber ja ich bin trotzdem noch mal umliegen warum komme ich denn hier oben jetzt überhaupt hin wo muss ich jetzt überhaupt hin ich muss doch hier hin gucken wir erstmal was es hier drinnen noch gibt äh da oben sind ja auch wie ich ja nicht umliegen kann dann let's do it das geht das geht reibungslos die lütten die gehen alle schon aber die das große da bin ich ein bisschen am probieren ok warte ich komme kurz hallo ein scan scan was hast du hara fische hallo kleiner man besuch was ein scan aha gut Komm ich hier hoch? Komm, du kommst ja doch hoch. Was ist das für ein Mist? Hier kommst du auf gar keinen Fall hoch. Hier oben kannst du hochklettern, ja. Hier auch nicht hochklettern. Ich verzweifle manchmal glaube ich an dem Spiel, aber ist egal. Hier auch zehnmal drauf, obwohl da ist auch was cool. So. Ja, hol ab oder was? Ja, ein Blitz. Ist hier oben jetzt nicht noch irgendwo ein weiter hoch oder muss ich hier unten aber bleiben? Okay, dann gehen wir jetzt hier unten mal runter, würde ich sagen. Ich glaube da hinten längst springen. Ne. Ja, ich bin da. Hallo. Hm, was haben wir denn schönes? Ruhig das Wasser latschen. Wir gehen gerade da eben. Dicken Zahn zu, BD1. Irgendwo was? WD-Zahn zu, WD1. Wird er denn hier scannen? Scannen! Zaun, okay. Zaun? Jetzt sind wir im Zaun. Ich meine wir brauchen keinen Zaun. Oh, hier hinten ist was. Siehst du was da drin? Fühle es. Ah. Ah. Oha. Ja, fühle es. Was geht jetzt ab? Okay. Da rüber. Oh. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es ist schwierig, Meister. Aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Okay. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Äh, hinzugehen. Äh, hinzugehen. Äh. Hey! Auf ein neues. Vertraue dir selbst. Ja, Meister. Fokussieren. Ah. Was muss ich denn machen? Äh. Man reicht mich selbst wieder. Ach man. Selbst hier dieses scheiß klettern. Ah. Okay. Ja. So, ich hab nicht springen müssen. Scheiße. Ich muss dann noch ranlaufen. Muss ich noch ran springen und das reicht? Ja. 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 Nein, auch ja. Freidrücken. Ah. Gut. Nochmal. Gut. Nochmal. Muss er noch ran. Und das macht er automatisch. Ist ja geil. Aber sonst muss er irgendwie irgendwie zu überspringen. jetzt springen. Wandlauf. Ja. Wandlauf. Wandlauf. Ja. Also müssen wir gleich bestimmt nochmal wieder machen. Ups. Okay. Dann nochmal wieder Wandlauf. Ups. Und drüben. Drüben. Ja. Wir haben Wandlauf verlernt. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Wo müssen wir hin? Äh. Bezüglich wo bin ich denn? Muss man jemand sagen wo ich bin? Hallo? Wo bin ich? Hier sind wir rum. Hier sind wir rum. Hier sind wir rum. Ach hier unten bin ich. Da ist dann wo ich hin möchte. Okay. Okay. Hier bin ich jetzt. Hier bin ich, jetzt gehe ich hier längs. Und dann. Ich gehe hier längs. Und dann muss ich äh. Links gehen. Links gehen. Okay. Äh. Jetzt gleich irgendwo links. Okay. Hier kann ich wieder bestimmt irgendwo hochlaufen und irgendwelchen Wandklettern scheiße machen. oder sowas ich glaube das nicht da kann man definitiv klettern ich sehe es schon ach am wandlauf und dann klettern l2 aktuell zwei drücken ok ich habe es am anfang geschafft ich bin so gut uff wo geht es weiter hier oben hoch ok es ging nicht so weiter ach komm wie lange läuft man denn an der wand längs aber alles kein problem ich mache es einfach zack springen hopp rüber meditieren ok ausruhen ich glaube ich war schon ausgeruht egal ausgehen hier wieder ein speicherpunkt ob schon mal ein bisschen scheiße hier unten war ich da auch schon wie man jetzt das ding ist auf ok holo karte ach hier mach ich dann die holo karte auf ja mach doch die holo karte auf die holo karte nicht auf nein so macht die holo karte nicht auf egal hier muss auf jeden fall weiter es wurmt mich gerade trotzdem bisschen wieso macht denn jetzt die holo karte nicht auf x öffne die holo karte ja dann öffne die scheiße doch dann öffne die holo karte doch ach nein so machst du ja weiter ja ich will die doch nur öffnen öffne die holo karte ach machst du dir irgendwie die holo karte irgendwie auch so ja so hole ich mein nichts schwer draus so scannst du so gibt es eine heilung ok ist auch egal ja denkt ihr das was ich denke wir müssen hier wieder längst laufen laufen wollen wir laufen sieben tage dann müssen wir jetzt wohl hier unten denke ich mal längst würde ich mal so meinen weil da oben kommen wir nicht hoch haben wir die kiste schon ja bluten 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 hast du was gefunden bd1 hast du was gefunden bd1 oh neuesten lichtschwertschalter halten yeah schwertschalter ja wir müssen jetzt springen jetzt rüber ups boom hier könnte ich jetzt entweder hoch fahren was natürlich irgendwie nicht geht unerklärliche art und weise ich weiß nicht ob ich hier wirklich runter sollte wieso kann ich denn die scheiße nicht bedienen hallo ach was automatisch geht mhm abkürzung freigeschaltet achso ja dann ist ja gut wenn das automatisch geht äh gut hier kommen wir jetzt aber von mhm alter was ist da denn guck dir mal das riesenvieh hier an guck dir mal das riesenvieh hier an geh doch nach hause das ist ja ein riesenmonster was machen die denn hier ich dachte schon das eine monster wäre ein monster au 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 was macht ihr denn hier gerade au ich bin hier okay ihr seid mir doch nicht friedlich gesund auf jeden fall böse ei 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 das ist grad für ein riesenvieh kommen wir hier hinten längs hier kommen wir da längs hier kommen wir auch nicht weiter glaube ich hier ist auch so einer hallo oh mach ihn tot ok ich mein mach ihn äh lebt los ein bisschen looten achja L2 drücken ähm oh oh jetzt ein bisschen loot zeug erinnert sich gerade ok und da sind noch ein paar ja bam scannen kannst du das hacken kannst du das hacken wo aber du gegen die bock hatte mutig hallo aufbrauch da kostet man hier für mich zack ok ja guck mal was da drin ist ein bisschen looten hast du was gefunden bd1 lichtschriften oha guckt euch mal das riesenvieh da an Alter Ich glaube damit schließen wir jetzt auf jeden Fall auch Die Folge jetzt erstmal Und ja Ich würde sagen bis später zur nächsten Folge Hier bei Aktorrolle Und danke dass ihr eingeschaltet habt